Hallo zusammen, mein Name ist Heinz Strasser und ich bin seit mehr als 25 Jahren mit Begeisterung Unternehmer. Ich heiße Sie hier und heute auf das herzlichste Willkommen. Sie sind auf der Suche nach neuen Perspektiven und neuen Möglichkeiten langfristig Geld zu verdienen? Sie sind zum Thema Gesundheit offen? Dann sind Sie hier genau richtig bei dieser Infopräsentation zum Thema Zwei Fragen bewegen die Menschen von heute. Gesundheit bewahren und finanzielle Unabhängigkeit sichern. Was erfahren Sie heute? Heute möchte ich Ihnen einen Überblick geben über die Firma, die Produkte und die Philosophie von Synergy Worldwide, sowie der fantastischen Geschäftsgelegenheit mit Synergy Worldwide. Synergy Worldwide wurde 1999 von Dan Hickinson gegründet. Synergy Worldwide ist eine hundertprozentige Tochter von Nature Sunshine, einem Nahrungsergänzungsmittel Giganten aus den USA. Synergy Worldwide gehört zu den weniger als 50 Network Marketing Firmen weltweit, welche die ersten 10 Jahre in dieser Branche erfolgreich überstanden haben und weiterhin sehr erfolgreich wachsen. Liefer Legacy hinterlasse ein Vermächtnis. Bei Synergy geht es nicht nur um Gesundheit und Geld, sondern vielmehr darum, der Welt etwas zu hinterlassen. Synergy unterstützt viele Hilfsorganisationen weltweit und hat für viele humanitären Projekte zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Unser Mutterkonzern Nature Sunshine war das erste Unternehmen in den USA, welches Gläuter in Kapseln hergestellt hat. Seit seiner Gründung im Jahre 1972 hat Nature Sunshine viele Preise für seine Produktionsprozesse und die hohen Qualitätsschutz. Auszeichnungen im renommierten Forbes Magazin. Forbes, einer der anerkanntesten Wirtschaftsmagazine in Amerika, hat Synergy Worldwide und Nature Sunshine 2013 unter die Top 100 der vertrauenswürdigsten Unternehmen Amerikas gelistet. Dies bestätigt die kontinuierliche Selbstverpflichtung von Synergy bezüglich Integrität und Transparenz. In dieser Liste das einzigste Network Marketing Unternehmen. Höchste Qualität, Nature Sunshine und Synergy Worldwide kontrolliert seine Produktentwicklung, die Herstellung und die Testverfahren von Anfang bis Ende. Das Unternehmen hat über 40 Jahre Erfahrung mit der Entwicklung von hochwertigen Produkten für die Körperfunktionen und Ernährung. Die Firma ist zertifiziert mit dem GMP und NSF-Standard den höchsten Qualitätsauszeichnungen in dieser Branche. Die Wahrheit über die Nährstoffversorgung. Unsere Gesundheit und der Alterungsprozess werden durch vielfältige Faktoren beeinflusst. Unsere Umwelt wird immer mehr durch Umweltgifte belastet und die Versorgung mit lebenswichtigen Nährstoffen nimmt ab. Der menschliche Körper ist ein komplexes System, welches unentwegt hochwertige Nährstoffe braucht. Die Gesamtlänge der Blutgefäße im Körper beträgt über 100.000 Kilometer. Diese transportieren Sauerstoff und Nährstoffe in und Giftstoffe aus dem Körper, dem Gehirn, den inneren Organen, den Muskeln, dem Skelett und der Haut. Unsere Lösung ist das V3-System. Wir versorgen sie mit den notwendigen Nährstoffen und zwar synergetisch aus drei unterschiedlichen Perspektiven. So das Phytolife zum Aufbau der Vitalität, Proage zur Zirkulation und Leistung, das Mystify zur Stärkung und Schutz unseres Immunsystems. Die größte gesundheitliche Herausforderung. Einer der Hauptgründe für die heutigen gesundheitlichen Herausforderungen sind Probleme mit der Blutzirkulation. Heute sagen einige, es sei ganz natürlich, dass unsere Gefäße mit dem Alter immer weniger durchlässiger werden. Proage 9 nach dem Erhalt des Medizin-Nobelpreises im Jahre 1998 ist das Interesse an L-Agenin und Stückoxid-NO dramatisch angestiegen. Synergy World Wide und unsere Experten sind Vorreiter in dieser Entwicklung und nehmen weltweit eine führende Stellung in der L-Agenin-Forschung ein. Wir wissen, welche Inhaltsstoffe wir mit L-Agenin kombinieren müssen, damit es im Körper seine optimale Wirkung entfaltet und einen optimalen NO-Spiegel aufbaut. Proage 9 wurde 2014 in die renommierte Rote Liste für Ärzte aufgenommen. Dort wird Proage 9 als das beste L-Agenin-Produkt weltweit aufgeführt. Dies ist noch einmal mehr eine Auszeichnung für unsere Produkte und stellt für diese eine Vorreiterrolle in der Branche dar. Mystify ist das nächste Produkt im V3-Nährstoffsystem. Diese perfekte synergetische Mischung enthält Beerenkonzentrate mit natürlichen Vitaminen, Antioxidantien und Ölen. Freie Radikale und ein schwaches Immunsystem sind weitere Faktoren, die entscheidend für das körperliche Wohlbefinden sind. Antioxidantien sind dabei der einzigste Schutz. Einer der wichtigsten Inhaltsstoffe ist die in Brasilien im Amazonas heimische Azaibier. Mystify enthält darüber hinaus eine Auswahl besonders wertvoller Inhaltsstoffe wie Granatapfel, Goji, Granatbeere, Blaubeere, grüner Tee-Extrakt und Vitamine. Diese kraftvolle Kombination der Inhaltsstoffe unterstützt sehr wirkungsvoll die Kraft der Azaibier. Laut dem Brunswick-Labor gehört die Beeren-Saftmischung Mystify zu denjenigen mit dem höchsten antioxidativen Wert weltweit. Das dritte Produkt im V3-System ist Fytolife. Fytolife ist eine reiche Quelle an Chlorophyll und alkalischen Stoffen aus Pflanzenextrakten wie Gerstengras, Alf-Alpha und Chlorophyllin. Für die Bedeutung und das Wissen um Chlorophyll gab es zwei Nobelpreise. Fytolife verwandelt normales Wasser in ein erfrischendes, wertvolles Getränk für den ganzen Tag. Was bedeutet Übersäuerung? Der menschliche Körper braucht natürliche, grüne Nahrung, bekommt diese aber nicht im ausreichenden Maße. Deswegen leben über 90% der Bevölkerung mit einem ungesunden pH-Wert. Um gesund zu bleiben, muss sich das Blut in einem alkalischen Zustand befinden. Der optimale pH-Wert im Blut liegt bei 7,365 pH-Wert. Hier im linken Bereich sehen Sie den sauren Bereich, den ungesunden Bereich und hier befinden wir uns meistens wie Cola, Kaffee, Bier. Auf der rechten Seite sehen Sie das gesunde, grüne Nahrung, Salat, Gemüse und Mistify. Warten Sie nicht, bis Sie sich unwohl fühlen, bevor Sie Ihren Körper das geben, was Ihr braucht. Wenn Ihnen Ihr Wohlbefinden wichtig ist und Sie unsere Produkte ausprobieren wollen, dann helfen wir Ihnen gerne, diese zu bekommen. Geld-Zurück-Garantie. Sie erhalten zudem eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. So überzeugt ist Synergy von der Qualität Ihrer Produkte. Ausführliche Info über unsere Synergy-V-Produkte erhalten Sie in unserem Informationsvideo Synergy-V3-Produkte.com Nun kommen wir zum Geschäftsgelegenheit. Es ist auch möglich mit diesen Produkten Geld zu verdienen. Das kann Ihnen helfen, Ihre Produkte kostenlos zu erhalten oder gibt Ihnen die Möglichkeit sich ein hohes Einkommen aufzubauen. Wollen Sie mehr darüber erfahren, dann nehmen Sie sich bitte jetzt noch 5 Minuten. In den nächsten Minuten möchte ich Ihnen gerne die vermögensbildenden Komponenten des Synergy-Vergütungsplans vorstellen. Ich bin absolut begeistert davon und ich bin fest davon überzeugt, dass unser Vergütungsplan der lukrativste der ganzen Branche ist. Sie werden gleich sehen, warum. Es mag Sie vielleicht überraschen, aber ich war nicht immer der Verfechter des Network Marketings, der ich heute bin. Network Marketing sah ich eher als ein Geschäftsmodell, von dem nur einige wenige profitierten. Ich arbeitete damals bei einer Firma als Berater für diverse Network Marketing Unternehmen. Dadurch hatte ich Gelegenheit, Top-Führungskräfte von Top-Firmen zu interviewen und mir wurde klar, welche unglaublichen Vergütungen diese Branche bereithielt. Mir wurde klar, dass Network Marketing an sich das perfekte Geschäftsmodell war. Es ermöglicht jedermann ein eigenständiger Geschäftsinhaber zu werden. Eine Möglichkeit, die viele Menschen normalerweise nicht hätten. Selbst beim Mangel an Zeit oder finanziellen Mitteln können Einzelpersonen durch Network Marketing ein bedeutendes Zusatzeinkommen neben ihrem Ganztagsjob erlangen. Dadurch, dass sie ihren Geschäftspartnern zum gewünschten Erfolg verhelfen, werden sie automatisch selbst erfolgreich. Wenn sie Network Marketing mit herkömmlichen Geschäftsmodellen vergleichen, werden sie feststellen, dass sie sehr ähnlich aufgebaut sind. Beim Network Marketing entfallen jedoch einige Verkaufsebenen und die Vergütung konzentriert sich auf diejenigen, die das Produkt tatsächlich an den Endverbraucher bringen, in diesem Falle der Network Marketer. Network Marketing belohnt sie für ihre eigenen Bemühungen und für ihre Bemühungen, anderen zu helfen. Durch meine Arbeit mit den Top-Führungskräften der Branche lernte ich alle Schwierigkeiten und Tücken kennen, die mit den herkömmlichen Vergütungsplänen einhergehen. Unilevel, traditionell binär und Breakaway. Seien wir doch ehrlich, obwohl jeder Vergütungsplan seine Vorteile hat, überwiegen aber meiner Meinung nach weitaus die Lücken und Tücken. Nachdem ich das wahre Potenzial des Network Marketing erkannt hatte, nahm ich mir vor, ein System zu schaffen, das die Vorteile der traditionellen Vergütungspläne maximiert und dabei gleichzeitig deren Hindernisse beseitigt. Das war es, was der Branche fehlte. Wir entwickelten den allerersten Dual-Linear Mega-Match Vergütungsplan. Dank der einfachen Struktur dieses Planes konnten die Teilnehmer maximale Auszahlung erhalten. Breakaway gibt es nicht in Synergies Vergütungsplan, sodass die Auszahlung des Gesamtvolumens sprichwörtlich unendlich ist. Der sogenannte Mega-Match-Bonus, der quer durch Ihre ganze Organisation ausgezahlt wird, ist lukrativ. So funktioniert es. Wie Sie wissen, können Sie bei den meisten Vergütungsplänen nur von einer bestimmten Anzahl von Partnern Provision erhalten. Der Begriff unbegrenzt, wenn er überhaupt benutzt wird, hält nur selten, was er verspricht. Bei Mega-Match werden Sie der persönliche Sponsor der einzelnen Personen. Und als persönlicher Sponsor erhalten Sie Euro für Euro in gleicher Höhe wie die Basisprovision von jeder persönlich gesponserten Person. Ein wahrlich dynamischer Aspekt des Mega-Match ist, dass er tatsächlich unbegrenzt ist. Es ist also völlig unerheblich, ob die von Ihnen gesponserten Personen 2 oder 2.000 Positionen entfernt sind oder wie viele Personen Sie sponsern. Sie werden immer Euro für Euro 100% Provision erhalten. Wenn das keine Geschäftschance ist. Ganz einfach. Angenommen, Sie bringen 10 Personen in die Organisation und jede davon bekommt eine Basisprovision von 500 Euro monatlich. Dafür bekommen Sie ebenso 500 Euro pro Monat für jede dieser Personen oder 5.000 pro Monat. Anders als bei herkömmlichen Vergütungsplänen ist der Dual-Line Mega-Match von Synergy eine Anregung zur Zusammenarbeit und zum Teamwork. Dies ist ein völlig neuer Ansporn in der Branche, um den von Ihnen gesponserten Personen zum Erfolg zu verhelfen. Hier geht es nicht mehr um den Wettlauf, wer die meisten Leute anheuert, sondern es ist ein System, bei dem Sie andere sponsern, trainieren und Ihnen helfen, den gewünschten Erfolg zu erreichen. In der heutigen Wirtschaftskrise, bei der es viele gerade noch so bis Monatsende schaffen, ist Network Marketing eine realistische Möglichkeit für Menschen aller Einkommens-, Bildungs- und Erfahrungsstufen, ein beträchtliches Nebeneinkommen zu verdienen. In einem Artikel im Wall Street Journal hieß es, 2010 erzielten Direktvertriebsunternehmen in 150 Ländern über 125 Milliarden Dollar Umsatz durch den Einsatz und die Hilfe von über 75 Millionen Männern und Frauen, die das Leben anderer positiv verändern. Synergy Worldwide beeinflusst das Leben unzähliger Menschen und verbessert ihre finanzielle Situation und ihre Gesundheit. Wir inspirieren Optimismus für die Zukunft und hinterlassen ein Vermächtnis für kommende Generationen. Wenn Sie mehr über Synergy Worldwide erfahren möchten, wenden Sie sich an die Person, von der Sie diese Information erhalten haben. Ihre Zukunft, wie wir jetzt verbleiben können. Wir suchen zwei bis vier Personen, mit denen wir persönlich arbeiten wollen. Wir suchen nur ernsthafte Partner, die gern im Team arbeiten, keine Einzelkämpfer. Ernsthaft bedeutet für uns, dass Menschen eine Entscheidung treffen können. Wir möchten nicht, dass Sie jetzt sofort eine Entscheidung treffen. Wir werden Ihnen im Anschluss eine E-Mail mit weiteren Informationen und Presseartikeln über unser Unternehmen und unsere Produkte zusenden. In den nächsten 48 Stunden sollten wir gemeinsam telefonieren, damit wir alle Ihre offenen Fragen beantworten können. Gerne zeigen wir Ihnen dann die nächsten Schritte. Ist das okay für Sie? Ich hoffe, dass es Ihnen nicht mal so geht wie diesen zwei älteren Herren. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für diese Informationen genommen haben. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und fordern Sie auf unserer Internetseite www.erfolg24.me weitere Informationen an. Oder Sie kontaktieren mich direkt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Entscheidung. Ihr Heinz Strasser Für mich zur Folhire. Für mich. Ich wünsche Ihnen diese Krise für Sie. Dass reader zuours oder Flieger und sie Schnelle kommen lassen. Viel dazu.